Unsere armen Füsse. Es ist einfach immer da hinten. Ja, die Palmen schon. Ein bisschen kitschiger Fotos. Ich habe noch hier runtergeschaut, als ich auf dich gewartet habe, habe ich auf dich gewartet. Es ist bei uns im Auto vorbei gelaufen, etwas im Boden aufgelesen. Ich hoffe, dass du nichts verloren hast. Nein, das waren Zigaretten. Ich habe dich schon gesehen. 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 Schau, schau. Wir sind hier in den Ferien, Maus. Da läuft immer ein Lizard rum. Ja, da ist er. Hey, Lizard. Hier unten ist gerade ein. Dich da unten ist. Was ist da unten? Vielen Dank.